warte mal auf euch dann hast du es schon gut habe ich nicht bekommen also weil ich es gerade mit normalen nicht geschafft habe ich habe es jetzt selbst mit eigener bloß gerade so geschafft weil die mir genau immer um gesichert rum gerückt ist hier ist so ein ganz kleiner stein auf dem ich hänge gut kann ich recken ja das stimmt warte 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 ich glaube ich weiß nicht ob wir beide auch können jetzt kannst du gleich spielen da ist der drache warte mal gegen drachen ist vielleicht feuerfeil gut scheinbar du sprichst in echt an so einem berg rum das wäre nix für mich warte mal warte mal ein paddy hier ja es kann noch eine weile dauern ich bin noch nicht mal auf dem plane stehen angekommen wie viel ausdauer hast du im maximum jetzt hast du es ja easy ah hier ist das zeug von dem drachen nice maximum warte lolle die düse 145 ja ich auch ja ich habe 157 so hier hoch du bist einfach nur ganz hoch oder wie ja weil dahinter habe ich noch so ein bisschen was auf der karte markiert du das wird knapp uhr gerade so ah hier leuchtet was hier schlägt es aus ich habe nochmal einen kleinen zwischenhalt gemacht das ist auch noch sehr schwach wird aber stärker stärker wird es aber nur leicht tun wir aber gar nicht weiter rein ich glaube das ist quatsch von unten rein weil es kommt immer die ecken wo wir nicht höher buddeln können ja ich habe ihn von der seite rein er hat sind wir ja theoretisch auch wo das ist doof zu dritt weißt du nicht von wem kommt es denn jetzt jetzt von allen dreien sind in der richtigen richtung ja hier ist es doch jetzt ist ruhe weil ich es angehackt habe ach so da ja von oben erst einfacher ist dann könnte es ja auch von unten komplett frei ja dann explodiert es wieder so schön wenn die hingehackt habe so geil wäre es wenn es dann einfach hinterfällt und dann hat man alles schon also ähnlich ist es doch wie bei den steinen lustig wäre es wenn die runtersteht und das ding fällt runter die dort sein auch noch matscheln ja wenn sie das so geändert hätten wir ein bisschen bloß ja eigentlich logisch aber logischerweise müsste jetzt schon die hälfte runterpreschen das ist doch wie mit den großen steinen ich wusste nicht dass das bei das geht bei allem was du unten drunter weg ist auch stein was normal ist unter freiräumen das explodiert dann also explodiert nicht aber klingt so drunter ja hier ist aber ein steinberg also ein felsen das einbricht boah ist das ein riesiger ader macht eigentlich viel mehr spaß als das einzeln abzuhalten ne guck mal da drüben hängt so ein berg drin hier oder ne auch nicht ich hack mal einfach eine ecke an so jetzt kann man erstmal schön stein rauswerfen und gucken wie viel wir überhaupt von dem ganzen silber mitnehmen können ne 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 trägst du viel ja das holz kann weg 12 habe ich trotzdem noch zu viel aber die steine die steine raus schweiz doch gar nichts mehr noch zu viel ja das muss daran denken du kannst den ich gleichzeitig mit der wünschelroute haben ich habe gerade mal 12 silber einstecken ich auch ich habe 21 wollen wir jetzt die steine trottern und steine kann man immer abholen wo seid ihr jetzt wieder zurück oder wie da hinten ist das drachenhorn das nest da oben auf dem anderen gipfel ja die frage ist was bringen was erstmal zurück weil wir sind schon voll dann wenn wir das nächste finden das können wir nicht komplett mitnehmen dort unten ist ein stein golem links zwischen den zwei gipfel neben den riesen loch muss ich mal rechts drehen was sagt rohzeit von mir aus genau auf 12 roh also das schläft da unten ja wenn du jetzt angeht da wird da wach und steht auf kommen die können wir und los können wir uns in europa ist da von hier oben drauf die getroffen eigentlich schon aber weil es wieder zu weit ist ist das überhaupt einer ja es ist einer wir haben auch schon schaden und ist ja entspannt wenn er da die ganze zeit pennt können wir so easy machen sie sind schaden oder ja ist minimal was wir abziehen aber mehr als wenn er wach ist glaube ich klar ist mega leben ab der hälfte können wir ja mal aufwecken was soll energie mal so hin los drauf jette die oft du lumpen komm doch jetzt zack schaden wird er voll hast du das natürlich ich dachte du gehst jetzt auch im nahkampf ne lebensmüde oh ja keine Austache au boah really boah weg ist er alter der kriegt auch die ganzen kristalle ich habe sieben ich habe drei also zehn zwei brauchen wir für eine wand also ein fenster als kristallwand wir können ja aber dann mal eine bauen ich weiß ja auch nicht wie groß die sind das siehst du ja das kannst du jetzt schon machen das ist die hälfte von so ein stein gerade mal ach so so ein eins mal eins bloß viel ist es nicht also droppen die das jetzt auch haben die das früher schon gedroppt ich dachte das wäre nur der drache gewesen aber es ist schon krass wenn das nur die bringen die sind ja nicht so häufig ist eine hütte ja da haben wir doch bestimmt schon oder ich geht zwar trotzdem mal dahin weil ich würde jetzt erst mal zu hause abgeben also ja ich würde auch zu ab also abgeben weil beim nächsten wir können ja auch gar nicht mehr suchen weil ich den menge jahr schon anhaben muss um das noch schleppen zu können ja eben ich auch oder einer macht's halt genau hier habe ich auch mal gegen den steinguttern gekämpft hier an der stelle ah die hütte die ist von uns hier liegt sogar noch ein wildschweinfleisch mädtes frostwiderstands haben wir hier sogar noch nämlich mal mit das ist von uns eine hütte also ja gebaut haben wir die nicht da kann sein dass wir uns dann da reingesetzt haben ja ich glaube das ist das dach aber das müssten wir auch schon gewesen sein oh das sind wölfe an der burg hier unten die wo ich gerade bin ja oh jetzt ich bin aber kommt ich habe ihn getroffen nee der weiß nicht wie hoch kommt er bist du runtergefallen oh was doch was wieso bist du jetzt gestorben das frage ich mich auch gerade der hat mich mit einem bisschen komplett sind die so stark müssen wir eigentlich zähmen ja das ist jetzt aber wie ne dann hätte man von oben schön reinwerfen können ohne sich in Gefahr zu bringen bist du abfuck jetzt soll ich da jemals hinkommen das schaffst du nicht ohne Ausdauer das sind wir gerade übelste Legs ey ja da muss ich ja ohne das musst du dich eigentlich voll empfinden sonst schaffst du es mit der Ausdauer nicht hin oder wir schaffen ein Portal aber da haben wir jetzt auch nichts dafür dabei wie immer alter ich habe krasse Legs du bist der scheiß Wolf ich sehe ihn ja nicht unten ja weißt du warum du gestorben bist du hast bestimmt schon Mordschaden kassiert ja beim Abschlettern ja das kann natürlich sein da habe ich nicht ganz genau gesehen wie viel das war da ist der Wolf hinter dir ja wie viele Legs alter ich habe mich auch gerade bloß noch 6 Leben wo ich jetzt unten angekommen bin Wolf ist der Wolf